ja damit ein herzlich willkommen so sind die schön dass sie wieder einschaltet mein name ist aldo und wir machen jetzt natürlich weiter wo wir letzte folge aufgehört haben so rebecca wo muss man denn jetzt hin okay hier war mir nicht und da gehen wir auch jetzt hin ist hier zombie oh ja da gibt es noch zombie sogar zwei die hat von uns hat kassett oh shit was im schloss und rektor schlacht schon weiter ganz schnell nachladen was brauchen wir nicht wo ich heilung okay ist in warnung kann ich eigentlich mitnehmen so gehen wir mal hier rein oh shit nein 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 weg rein weg rein kein bock auf den oh shit lauf 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 noch glück gehabt und noch mehr zombies auch hier meine karte wo sind wir jetzt aufbereitungswerk oh das ist jetzt nicht groß wiener ups headshot dann gehen wir mal nach unten was haben wir da unten überhaupt okay wir sind jetzt hier draußen da oben haben wir was da ist platz werden batterie okay wahrscheinlich brauchen wir batterie ja so gehen wir hier rein hier war ich noch nicht ja pump kann man nicht nehmen direkt mit oh da haben wir was entdeckt aber da kann ich jetzt nicht hin da muss ich glaube ich mit billi erst ja da ist was bisschen bisschen Ja, Eagles. Hm? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Oh mein Gott, überall Leichen hier. So, Billy lebt. So, jetzt können wir auch hier ein bisschen tauschen. Das bekommt er. Das kann ich verwenden. So, so ist das perfekt. Jetzt können wir auch weiter. Was haben wir hier? Okay, die Tür ist verschlossen. Gehen wir mal wieder zurück zu dem einen Raum. So. Da wären wir auch. Ich gehe allein. Roger. So, geht es erstmal hier nach oben. So. Wie komme ich unten? Ah, hier haben wir eine Leiter. Sehr gut. So. Wie muss ich das jetzt machen? Ich glaube, ich muss den als erster schienen. Ah, da ist in der Mitte einer. Okay. Okay. Okay, dann machen wir mal rechts. Das müsste klappen. Ja. Ja. So, den schieben wir nach vorne bis in die Wand. So, jetzt können wir den ein bisschen nach hinten schieben. Ops. Kommt noch mehr. Ja. So. Oh shit. Da habe ich was falsch gemacht. Da habe ich was falsch gemacht. So, jetzt aber. So, den muss ich bis in die Ecke schieben. Ähm. Ja, dann machen wir das auch. So, das kommt so. Jetzt nach da. So. So. So, das setten wir dann. Jetzt können wir hier mit Wasser füllen. Dann können wir auf die andere Seite hingehen. So. 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 padden. Und da haben wir es. Und da haben wir es. Was haben wir hier? Griff. OK, wo muss ich mit dem hin? keine ahnung moment ich glaube ich muss hier zurück wo diese markus lech war da muss ich denn da war eine tür da muss ich das einwerzen glaube ich oh mein gott muss ich wirklich hier zurück na dann machen wir das habe ich überhaupt mal auf der cocktail noch nee schade schnell einsetzen und reingehen wenn noch glück gehabt und mir som ist ja auch eine ja dabei der hitshot würde ich mal sagen wo kommt er denn jetzt so billy ups ha geil double headshot mit der schrottflinte was haben wir denn hier um leiter hochklettern naja doch lukas ist auch von mir hat tut mir leid einmal kurz nachladen jungen der brief nehmen wir sofort mit untersuchungsbericht 2 wir hätten schon längst mit diesem loch fertig sein sollen als 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 alles begann hätte niemand erwartet dass es zu einer solchen schlacht kommt niemand hat uns gesagt dass diese wesen uns angreifen würden die bosse haben sicher auch nicht damit gerechnet die dinge im wald haben einfach leute angerufen das hat jemand geplant das virus wurde zweifellos absichtlich freigesetzt aber die wächter unserer kameraden müssen noch da sein wie auch immer darum muss ich mich nicht mehr sorgen ich muss überlegen ob ich mich selbst oder einen freund mit meinem letzten kugel töte nur diese entscheidung steht mir bevor oh man da gehen wir nach unten wieder und dann geht's weiter so wo wo ihr dreck santer ja safe raum sehr gut was haben wir hier hm sollen wir speichern machen machen wir das wo kaputt noch wir haben das machen wir das die liegen mehr ab so weiter geht's lieber freunde juni noch mehr igels hier alle platt treten jetzt kommt so auch nicht noch mehr somis ops ein kugel ging daneben kommen die nehmen direkt mit ah pump gun muni sehr schön was haben wir denn hier das bedienfeld für die gondel der die sehenplatte fehlt ok kurz mal waffe tauschen jetzt kam du bleib sie ja Ah, jetzt kommen die blöde Steuern. Kann ich hier rein? Wo geht das hin? Oha. Nee. Ich geh mal hier lang. Oh, was jetzt? Och, nee. Unser alter Freund Tyrant kommt, glaube ich. Ja. Komm zu, Daddy. Shit. Oh, schnell. Schnell, Magnum. Oh, shit. Ah, das ist platt. Ja, gut. Wenn du noch Glück hast. Was haben wir hier? Einen Knopf. Okay, drücken. Und du bleibst hier liegen. Jetzt ist Komma. So, und da haben wir unser System Platine. Okay, kein Zombies. Dann können wir auch weiter. Ah, guck mal, unser Tyrant ist abgehauen. Blödes Arsch. So, ich muss erst mal zu Rebecca. Und da wären wir auch. Komm on. Come on. Hier hergebracht. Diese Anlage gehört der Umbrella Corporation. So viel Müll können wir nicht verarbeiten. Noch dazu schicken sie uns Giftmüll. Den wir nicht entzocken können. Was sollen wir damit machen? 24.07. Die wollen scheinbar das Werk schließen. Kein Wunder nach dem, was hier lief. Es war nötig, aber ziemlich plötzlich. Bislang war es ihnen auch egal. Hauptsache ich komme hier raus. Mir ist egal, was sie tun. Die System Platine platzieren. Wen checken wir denn jetzt? Ich laufe Rebecca Schäckestein jetzt. So, machen wir so. Bisschen Platz hier. So, das ist schon mal sehr gut. Ein kleine Gondel. Rebecca wird sicher hineinpassen. Ja, dann benutzen wir es auch. Okay. So, wo sind wir überhaupt jetzt? Was haben wir denn hier? Da ist ein Hebel für die Schleuse. Hebel umlegen. Ja, natürlich. Darum sind wir auch hier. Was jetzt? Na, jetzt haben wir einen neuen Weg. Jut, jut. Ja, lieber Freund, ich würde mal sagen, wir machen mit dieser Folge hier Schluss. Schön, dass ihr wieder da wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das ist Dr. Markus. Bitte, 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 als wir reflektieren auf unsere company motto. Obediennis breeds Disziplin. Disziplin breeds Unity. Unity breeds Power. Power is Life. Welcome, young one. So glad you have joined the party. Billy, help! You're under arrest. No, thanks, Dollface. Cooperate with you? Do it, girl. Or maybe you like being worm-bated. Are you all right? Yes. Billy! Where am I? You're safe now. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. Rebecca! Now I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn in an inferno of hate. Resident Evil Zero.